Wir spielen Stranded Deep. Weiter geht's. Ähm, ich weiß gar nicht. Es wird hell, das schon mal gut. Ihm geht es gut, was auch gut ist. Wow, gleich am Anfang so viele gute Sachen. Schön. Ähm, ich sehe, das Chaos ist beseitigt. Das haben wir gut hinbekommen. Wir brauchen ganz viele Schnüren, damit wir... Oh, wir haben schon vier. Wir brauchen trotzdem mehr, glaube ich. Damit wir unsere Floßvergrößerung machen können, meine Lieben. Wir suchen mal kurz alle Dinger hier zusammen, die wir gerade finden. Und da es wunderschön hell gerade geworden ist, passt das perfekt, dass es gleich mit... Das ist aber gut. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, ja. Ich ignoriere jetzt einfach, was passiert ist. Und hoffe, dass wir noch ein Gegengift dabei haben, weil sonst haben wir ein Problem. Äh, wie konnte das jetzt passieren? Weil ich unaufmerksam war wegen euch. So viele plappern mal am Anfang und dann, was passiert? Man rennt in eine Klapperschlange rein. Super. Toll gelaufen. Wer hat Schuld? Mhm, ihr. Ich bestimmt nicht. Oh, oh, Leute. Das sieht richtig schlecht aus mit einer Pipi-Pflanze. Da ist noch einer. Ach, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich sag dazu gar nichts, Leute. Also... Ja, gut. Ähm... Da ist das nächste Boot. Hier ist dieses Umgefallene. Oh, Sonne blende mich bitte nicht so... Wir brauchen einen Hammer. Hammer. Hammer haben wir. Was haben wir jetzt in der Hand? Das, das, das. Dann holen wir uns noch ein und machen noch ein Seil. Ohne in eine Klapperstange zu rennen, bitte. Das wäre... Mh, wäre das super. Vor allem, man hört... Man hat sie ja vorher gehört, so ist nicht, aber ich bin einfach weitergerannt. Oh, jetzt höre ich es überall rascheln. Jetzt ist es vorbei. Na, wartet mal. Wir machen ja einmal das hier, einmal auf den hier und dann holen wir uns unsere erste Verlängerung, Vergrößerung. Gott, Sonne, hör auf zu blenden. Uh, schon wieder fast, also... So viele Gefahren. Wow, Mann. Wir müssen richtig achtgeben. So, hier haben wir die ersten. Das ist wunderschön. So, wie waren das? So... Und dann schwimmen sie alle gleichzeitig weg. Dann müssen wir sie irgendwie alle wieder zusammencremen. So, hier hin. Bitte, du auch da hin. Ey, stehen bleiben bitte alle. Oh Gott, das wird so nichts, das wird so nichts. Okay. Kann man die nehmen? Oh, man kann sie nehmen. Ach so. Hm, ich dachte, man kann sie nicht nehmen. Ha, ha, macht das Spaß, das Spiel mit mir. Ach Gott. Ja, gut, dann ist ja alles ganz entspannt. Dann muss man sich ja nicht mal weilen. Aber ich glaube, auf jedem Schiff ist es nur immer einmal so ein Ding, wenn überhaupt. So, auf zum Floß. Eins haben wir. Sehr gut. Na los, ihr... ach, hervor und zu Anzugsträger. Na hinne hier. Deine Ausdauer ist gleich vorbei. Hoch da mit dir. Hallo, hoch da mit dir. Na ja, da braucht man nichts zu sagen. Jetzt setzen wir direkt hier hinten ran, oder? Denke ich mal. Machen wir. Ist das das letzte? Ja. Sehr schön. Seile haben wir noch. Können wir gleich weiter loslegen. Das Boot haben wir. Also, die kleinen Bälle kann man in die Hand nehmen. Die Tonnen wahrscheinlich nicht und die Reifen wahrscheinlich auch nicht, ne? So. Hier ist kein Schiff mehr. Gehen wir mal zu denen hier gucken. Ach so, wieder im roten Bereich. Er kann nicht mehr. Ich muss mal die Kamera ein bisschen drehen, glaube ich. Ich glaube, so ist besser, oder? Wenn nicht, ist euer Problem. Nicht meins, Gott sei Dank. Geht das so? Bestimmt, oder? So. Oh, Hei ist auch wieder dabei am Start. So, Fässer. Schnell, schnell. So. Transportmittel. Wo sind die Fässer? Hier, haben wir. Dann den ganzen Weg wieder zurück. Aufpassen mit Seeigeln, Seesternen, alles was giftig ist. Kugelfische, Feuerfische, wie auch immer. So. Muss unser Floß dahinten. Oh Gott, wir müssen jetzt zwei mal ein bisschen laufen, aber na gut. Ach so. Falls wir, also in dieser Folge werden wir wahrscheinlich noch nicht nach Hause segeln, aber es wäre super, wenn mir irgendjemand sagen könnte, in welche Richtung wir wieder zurück müssen. Wenn, ich gehe mal davon aus, wenn das Fluss so steht, dass wir auch da zurück müssen, aber... Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wehe. Sind wir Richtung Süden gesegelt, müssen jetzt Richtung Norden zurück. Ja gut, ähm... Sagt mir mal bitte Bescheid. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, was brauchen wir... Ach so, warte mal, ich wollte mal kurz gucken, brauchen wir noch Seil oder reicht das noch fürs nächste? Ein Seil brauchen wir mal jeweils, okay, dann haben wir noch genug. So. Zwei Busse, äh, zwei Busse. Oh Gott, was stimmt schon wieder mit mir nicht? Zwei Schiffe. Haben wir schon mal, das ist fertig, das da auch. Dahinten kommen noch welche. Holen wir uns alle. Also müssen wir Richtung Süden nach Hause, Norden, ich bin mir nicht sicher. Wenn keiner mir von euch hilft, muss ich mir selbst die Videos nochmal angucken und gucken, von wo wir kamen. Das wollt ihr doch nicht, oder? Da oben sehe ich schon welche. Die gehören alle mir. Kommen wir da hoch? Nee, ich glaube nicht, wir müssen da hoch. Ach, Herr von und zu Anzugsträger, bitte. Deine Ausdauer macht mich hier fix und fertig. Hier können ein paar mehr Sachen drauf sein. Ah, ja genau, hier waren noch welche unten in der Tür drin. Ja, ich erinnere mich. Hier müssen wir auch nochmal tauchen, da sind dann Reifen. Das ist in meinem Kopf drin gespeichert. Oh, guck mal, zwei sogar. Nehmen wir doch gerne. Oh, Wasser. Schnell alle einsam, bevor sie weg sind. Mit der nächsten Welle weg sind. So, da haben wir noch einen einzelnen. Keiner geht hier verloren, meine Lieben, keiner geht hier verloren. Oh, oh, oh. Außer wenn sie so springen, dass sie fast verloren gehen. Wow, das ist... Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte, hör auf, mit Kuh irgendwas wegzuwerfen. Das wäre super. Achso, wir haben jetzt kein Atemding dabei. Okay. Hier müssen wir nicht mehr hin. Da auch nicht. Drinnen ist sowieso nichts. Hier müssten wir einmal runter, genau. Und da... Doch nicht hier. Ja, auf jeden Fall, auf irgendeinem Schiff war noch... Dass wir runtertauchen mussten und da waren noch Tonnen und Reifen, glaube ich. Das könnte hier gewesen sein. Ja, hier sind sie. Hier sind die Reifen. Trifft der die so? Ja. Hier, das muss jetzt alles ganz schnell gehen, sonst ersaufen wir nämlich. Haben wir. Und hoch, 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 hoch. Boah, wie ein Profi geschafft. Ähm, Insel, da. Okay, wir haben jetzt drei Dinger dabei. Aus... Oh, unter uns ist ein weißer Hai. Oh, schnell, schnell, schnell. Da liegt auf jeden Fall noch ein Reifen. Das waren drei, jetzt haben wir zwei hier. Wir haben noch die gelben Dinger auf der Hand. Das wird was, das wird was. Achtung, Schlange. Oh Gott. So, der Herr von und zu Anzugsträger muss ein bisschen laufen. Der kann nicht mehr rennen, der hat keine Energie mehr. Mann, wie mich das nervt. Och, wir müssen da lang. Jetzt laufe ich auch noch in die falsche Richtung. Na los, Herr von und zu Anzugsträger. Komm schon, noch ein kleines Stückchen und er kann wieder rennen. Nein. Ich möchte keine Einrastfunktion. Danke, PC. So, jetzt gehen wir hier ganz geschmeidig direkt beim ersten Mal hoch. Sehr schön, läuft gut mit dir. Das setzen wir hier ran. Und dann, meine Lieben, haben wir noch so viel auf der Hand. Guckt euch das an, wie das hier wird. Boah. Gucken wir noch ein zusammen? Ja. Ja, richtig. Schick, ja. Guckt euch das mal an, was wir hier geschafft haben. Haben wir irgendwas für einen Fußboden schon hier drin? Ich glaube, irgendwo schon. Ja, hier, guckt mal. Bitteschön, ey. Boden. Haben wir. Ein Boden. Zwei Boden. Zwei Boden. Zwei Boden. Drei Boden. Oh, noch einen Boden können wir leider nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Haben wir noch hier irgendwo Boden? Ne, leider nicht. Schade. Schade. Ehh. Schönen Leder haben wir aber. Okay. Aber ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch weiter. Ach so. Ach so, die ganzen gelben Dinger sind alle. Sehr gut. Oh, und wir haben keine Schnüren mehr. Wir brauchen erst mal neue Schnüren. Ach so. Mann ey, ich vergesse immer, dass wir auf ihn achten müssen. Hm. Das vergesse ich jedes Mal. Pssst. Ist da eine Schlange? Eigentlich nicht. Laut nicht. Wir müssen mal eine Kokosnuss trinken, die mal. Entspannen uns hier mal ein bisschen im Schatten. In der Hoffnung, dass dieser Schatten irgendwas bringt. So. Trink mal ein Schlückchen. Ja. Ja. Danke. Auch noch einmal. So. Lasst es dir schmecken. Wie geht's dir? Ja, das passt schon erst mal. Wir werden hier wohl wirklich noch eine Weile bleiben. Hätte ich nicht gedacht. Hat jemand darauf geachtet, ob ich das Messer fallen gelassen habe oder ob es kaputt gegangen ist? Hier liegt es nicht. Dann kann ich es nicht fallen gelassen haben. Ich sehe auf jeden Fall keins. Na gut, ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Ähm, was wollen wir jetzt? Setzlinge. Pssst, leise. Jetzt müssen wir richtig konzentriert sein. Weil wir hätten noch eine Pipi-Pflanze, aber wir müssen ja nicht unnötigerweise ausgeben. Aus Dummheit oder Flüchtigkeit. Irgendwo hier muss sie sein, glaube ich. Pssst, leise. Pssst, leise. Pssst, leise. Nicht weiter rennen. Eier. Wie viele haben wir? Sieben. Machen wir erst mal Schnüren draus. 2. 1 brauchen wir noch. Oh. Ich dachte jetzt, eine Spinne oder so schon wieder. Äh, Spinne, Schlange. Mann! Wir müssen uns abkühlen, ist nicht so schön. Wir müssen eh da runter. Dann können wir uns direkt... Dann haben wir Fliege, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Klatsch, klatsch. So, Erikchen. Ach, Erikchen, Mann. Von und zu Anzugsträger. Guck mal, der macht mich schon so wahnsinnig, dass ich ständig falsche Sachen sage. So, hier haben wir nichts mehr drauf. Irgendwo haben wir hier aber noch was. Ich spüre es. Hier müssen wir, glaube ich, runter. Aber dafür atmen wir mal kurz durch und nehmen wir das schon mal in die Hand. Und dann runter da. Hier haben wir nämlich noch einen Reifen und da hinten... Oh, noch einen Reifen. Ach so, gut. Das ist natürlich noch besser, weil dann haben wir noch zwei Stück. Und schnell wieder raus. Hab ich's? Hab ich's? Hab ich's? Ich seh's nicht. Doch, ich hab's. Schnell wieder raus. Äh, an Land. Weil da sind ja jetzt noch zwei Reifen über. Da waren ja jeweils drei, aber zwei brauchen wir immer nur. Also haben wir da noch ein ganzes Floß... Floß, ähm, Fundament. Sehr gut. Wow, was für eine Ausbeute, ey. Schön, schön, schön. So. Segel oder so? Nee, nee. Okay, dann renn los. Ah. Scheißkrebs. Könnt ihr mich alle mal in Ruhe lassen, bitte? Huch, wäre das denn voller gewesen, jetzt da lang zu laufen? Wo ist denn unser Floß? Ja, richtig weit weg auf einmal. Seegel. Ich weiß auch gar nicht, wenn man so ein riesen, 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 riesengroßes Floß hat, macht es dann Sinn, zwei Segel zu bauen? Oder läuft es aufs selbe hinaus? Ich weiß es nicht. So, das werden wir auf jeden Fall da hinten noch mit ranhängen. Und zwar da, warum nicht? Schnüre haben wir noch einen, wir brauchen nur eine, richtig? Richtig, ja. Okay, dann holen wir uns das auch noch. Kühle sich mal nebenbei ein bisschen ab. Ich glaube, dir geht es nicht so gut. Ja, wir kühlen müssen ihn abkühlen. Ah, das kriegen wir hin. Na los, geh unter. Und tauch ein bisschen schneller. So. Zu dem ganz, ganz Großen da hinten müssen wir. Los, ich hab von und zu Anzugsträger. Tauch um dein Leben. Aufpassen vor giftigen Fischen. Schlangen. Und allem, was hier noch so rumschürt. So. Aber in meinem Kopf sind immer noch, dass da irgendwo Tonnen sein müssten. Die reifen nehme ich natürlich auch sehr gerne, gar keine Frage. Aber ich glaube, da müssten noch Tonnen sein in dem Schiff. Irgendwo in diesem Riesending hier drin. Oh Gott, meine Güte, ist ja anstrengend. Na los, hol Luft und dann gib ihm. Oh, Riesenfisch. So. Hier war es nicht, ne? Nee, wir müssen da hinten hin, glaube ich. Oh, oh, los. Und dann da runter. Und eigentlich müsste da schon einer sein. Genau. Und da. Genau. Und dann haben wir... Oh Gott, jetzt bloß kein falschen Knopf drücken hier. Und jetzt haben wir das auch. Und ich glaube, wir gucken einfach nochmal hier unten. Irgendwo müssen hier noch Tonnen sein, glaube ich. Mann, und warum schwimme ich immer rauf auf Meer anstatt zur Insel hin? Wir laufen mal links lang. Vielleicht ist links lang jetzt schneller, weil wir so weit weg sind. Ist jetzt eine Studie, die wir aufstellen. Links lang oder rechts lang? So. Dauert beides mir zu lange. Wow, das war fast ein giftiges Ding. Ich mag keine giftigen Sachen. Ach, guck mal, da ist es ja schon. Geht viel schneller. Von und zu Anzugsträger. Lasst dir Zeit. Wir haben ja auch die Zeit. Kein Problem. Meine Güte. Wäre auch zu schön, wenn man beim Spiel nicht zu meckern hätte, oder? Das machen wir hier rein. Ja, passt sehr gut. Holen wir... Gehen wir jetzt echt nochmal... Wir gehen nochmal gucken. Ach so, es wird dunkel warm. Ne, wir müssen jetzt erstmal... Sorry, Leute. Seine Bedürfnisse... Ein bisschen... angucken. Hier ist irgendwo ein Hai. Ich höre es. Bist du fertiges Fleisch? Verdorben. Gekocht. Erstmal schnell das gekochte Fleisch, bevor es... verdorben ist. Hai, guck mal. Ich habe hier doch was für dich. Kannst du auch was anderes jagen machen. Nein! Das ist widerlich. Oh Gott. Da vorne und zu Anzugsträger. Wir haben einen Sonnenstich. Okay, wir gehen einfach mal hier runter. Der hat jetzt... das verdorbene Fleisch gegessen, weil er dumm ist. Er ist einfach dumm und hat den falschen Knopf gedrückt. Aber wir haben ja nur einen Sonnenstich. Das geht ja. Und Durst haben wir. echt... echt dollen Durst. Uiuiui. Haben wir hier noch irgendwie... Warte mal. Leer, leer, leer. Alle leer. Da haben wir noch vier Essensdinger. Dann können wir die da gleich essen. Leer, leer, leer. Alle leer. Hier haben wir noch drei Kokosnüsse. Die sind sinnlos. Wann war das eine jetzt? Dann essen wir das mal und gucken mal, wie es ihm geht. Ja. Schon ein bisschen besser. So. Kurz mal abkühlen. Nicht, dass wir hier... Oh Gott. Vor uns ist was gefährliches. Hallo, die Sonne ist doch noch gar nicht mehr so stark. Kannst dich beruhigen, Herr von und zu, Anzugsträger. Wo ist unser Schlafplatz da? Ja, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen aushalten. Ach, guck mal hier. Warum will er das nicht? Ist doch... Ist doch lecker. Hier, Hai. Nimm. Nimm das Stückchen Fleisch und gönn's dir. So, guck mal. Ich bring's dir sogar. Jetzt seh ich's nicht mehr. Ah, hier ist es. Hai, wo bist du? Guck mal hier. Frischfleisch. Verdorbenes Frischfleisch. Das ist frisch, weil es erst vor kurzem verdorben ist. Versteht ihr? Oh, Krebse tun uns nur weh. Ja, das passt schon. Wird der Überleben. So, meine Lieben. Flusserweiterung haben wir soweit. Wir gucken aber nächste Folge auch doch nochmal... Also, wir gucken nochmal, ob wir noch was finden. Weil das wäre echt schade, wenn wir was zurücklassen. Genau. Und nächste Folge werden wir nach Hause schippern. Da muss ich erstmal gucken, wo lang wir müssen. Dann hab ich nämlich vergessen. Außer ihr hilft mir natürlich. Dann kann ich mir den Arbeitsschritt ersparen. Ja, so, mein Lieben. Ich beiche ab für uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.